Das ist der handliche GWS 7 Professional. Er bietet leichte Handhabung bei einer starken Leistung von 720 Watt. Der GWS 7 Professional überzeugt auf den kleinsten Griffumfang seiner Wattklasse. Dadurch ist er gut zu halten und sorgt für angenehmes Arbeiten. Dank seines leistungsfähigen 720 Wattmotors bei nur 1,9 Kilogramm ist der kompakte Winkelschleifer das optimale Gerät für anspruchsvolle Arbeiten. Der flache Getriebekopf sorgt für komfortables Arbeiten, auch an engen Stellen. Überzeugen Sie sich selbst vom GWS 7 Professional mit dem kleinsten Griffumfang bei starken 720 Watt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017